Rasierklingen sind unverschämt teuer. Grund genug, die bereits gekauften möglichst lange zu nutzen. Dabei hilft Ihnen der Rasierklingenschärfer von Blademaster. Beim Rasieren verbiegen sich die hauchdünnen Klingen, bis sie schließlich rupfen. Das spezielle Magnetfeld des Blademaster biegt die Kante nach jeder Rasur wieder gerade. Legen Sie den Rasierer vor und nach jeder Rasur kurz in den Blademaster. Mehr ist für scharfe Kanten nicht nötig. Mit der Magnetkraft des Blademaster halten Ihre Klingen bis zu viermal länger. Sie sparen sich immense Kosten. Der Blademaster ist universell einsetzbar. Ob Einzelklinge, Mehrklingensysteme, Lady Schäfer oder Einwegrasierer, er macht alles scharf. Nie mehr schlecht rasiert wegen unscharfer Klingen. Der Blademaster gehört zweifelsohne in jedes Badezimmer. Auch in Ihres.